Ich zeige jetzt die typischen im Akustikgitarrenbau gebräuchlichen Tonhützer. Also am allergebräuchlichsten ist Ahorn, Mahagoni, Palisander. Für Böden und Zargen Ahorn, Mahagoni, Palisander. Die Konzertgitarristen bevorzugen am liebsten eine Gitarre aus Palisander. Und bei den Stahlseiten, die Stahlseitengitarristen, die variieren eigentlich zwischen den beiden, zwischen Mahagoni und Palisander. Das Vogelaugenahorn, das ist eine seltenere Ahornart, die mehr im historischen Instrumentenbau Verwendung findet. Eine Fichtendecke. Diese ist aus zwei Teilen zusammengefugt in der Mitte. Das sieht dann, wenn es fertig ist, ungefähr so aus. Für den Boden kommen verschiedene Hülser in Frage. Zum einen Ahorn, geflammt. Das ist ein sehr stabiles Holz. Dann haben wir Palisander, ostindischer Palisander. Das ist ein typischer ostindischer Palisander, wie er heutzutage gezüchtet wird. Der ist auf einer Plantage gewachsen. Das ist ein ebenso ostindischer Palisander, der in der Natur frei gewachsen ist. Mahagoni ist ein Holz, aus dem kann ich Bödenzargen, Hälse, ziemlich viele Bestandteile an einem Instrument machen. Für den Boden verwende ich immer zwei Teile, die mittig gefugt werden. Das ist ein richtiger Exot. Das ist indische Silbereiche. Ein gutes Klangholz von guter Qualität und vor allen Dingen sehr leicht. Auch ein ostindischer Palisander. Der dunkle Bereich ist das Kernholz. Das helle ist der Splint. Der Splint ist der Teil, der kurz vor der Rinde quasi ist. Als Griffbrettholz findet eigentlich immer und das fast ausschließlich Verwendung Ebenholz und Palisander. Als Halsholz kommt meistens oder eigentlich immer zum Einsatz entweder Ahorn, hier geflammt, oder Mahagoni. Bei dem spanischen Konzertgitarrenbau sehr beliebt ist das, das sieht fast genauso aus wie das Mahagoni, ist eine Nuance heller, wesentlich leichter und sehr geruchsintensiv. So sieht das Ganze dann ungefähr fertig aus. Ein Ahornhals mit einem Ebenholzgriffbrett und ein Mahagoni-Hals mit einem Palisandergriffbrett. Ein Ahornhals mit einem Ebenholzgriffbrett und ein Mahagoni-Hals mit einem Ebenholzgriffbrett. Ein Ahornhals mit einem Ebenholzgriffbrett und ein Mahagoni-Hals mit einem Ebenholzgriffbrett.